Jo, Master Hell, du bist voll der derbe Flasher, stylische Wapper und Herzensbrecher. Aber jedes Mal, wenn du ein Wort sagst, presst du es raus, als hättest du ein Pfurz im Arsch. Wahrscheinlich damit man bloß nicht versteht, weil du in Wirklichkeit nur Scheiße laberst. Du hast echt so mega diepe Texte mit Insider-Witzen über Simpsons Staffel 7 Folge 12 von 1996. Das interessiert voll viele Menschen, Alter. Richtig gutes Zeug. Und du weppst acht Minuten über deinen Kumpel Johnny, den Bongberater. Super wichtig. Da ist echt noch keiner drauf gekommen. Richtig originell. Überall in deinen Texten, Straßennamen und Stadtteile aus Hamburg, weil du der reale Einwanderer-Gangsterwepper aus dem Griechen-Ghetto Wilhelmsburg bist. In Wirklichkeit kommst du aus dem Scheiß-Kaff Kassel. Also hör auf mit dem Scheiß und halt die Fresse. Ein Track über Basketballer aus den USA, die nun wirklich absolut keine Sau kennt. Und weil es ja alles richtig harter Battle-Web ist, sagst du, hey, du bist ein Scheiß-Basketballer. Aber ich bin ein richtig geiler Basketballer. Boah, da scheiß nicht jeder ein, Alter, ist gleich alles zu spät. Mach so weiter, Dicker. Nach deiner Release-Party alle nach einer halben Stunde in die Ecke kotzen. Peace, Alter. Magnus aldenen. commr. Wirklichkeit. Mitigen Allah. Wirklichkeit. Vielen Dank.